Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiterenden Folge LSBans Band sehe ich hier auf der Fox Farm und schaut mal, ja wir haben hier einen richtigen Hürdenhund, hier Erwin, der hürtet die Rehe. Ja, guck mal, der passt schön drauf auf, der treibt die zusammen, ja, der hält die hier zusammen, mangt die Hürsche, also, nein, die Hürsche hier, die da, 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 ja, egal. So, ähm, wir haben Oktober, was das heißt, wisst ihr ja, oder? Hoffentlich, denke ich doch, ich denke schon. Erstmal haben wir vorgespult, wir müssen immer das Wächshaus wieder mit Wasser vollkleckern. So, wenn er ihn hier anspringen will, dann hat er halt Pech. Warte. So, genau. Okay, wir könnten jetzt schon in die Ernte gehen, denn, so wie ich das aber gesehen habe, waren die Felder von der Wachstumsstufe in der unterschiedlichen Feldreife. Genau, Feld 10 können wir jetzt schon dröschen. Und unsere Sonnenblumen. Hier, Feld 15, nächsten Monat erst, ist gar nicht schlimm, überhaupt nicht. Ähm, ach ja, ich habe im letzten Mal, das Feld hier hinten noch mit Gerste an, ihr seht, und habe beide Felder fertig gewalzt und gestriegelt. Also, wir sind dem Unkraut nochmal davon gekommen, komplett. Wir brauchen uns um die Felder auch nicht mehr kümmern. Hier ist alles wunderbar, tippitoppi. Da guck, 100% im Wachstum, kein Unkraut, kein Januscht. Das kann einfach ganz fröhlich vor sich hin wachsen, bis wir mit dem Dröscher kommen und das platt machen. Genau. Die Sonnenblumen, die können wir dröschen, das ist toll. Aber, da wir ein dickgefettet Feld haben, was uns theoretisch eigentlich gar nicht so gehört, nur zeitweilig. Einen Kredit, wir haben uns jetzt mal gepumpt, müssen wir da jetzt ran. Ähm, demzufolge nehmen wir diesen Dröscher. Und, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich in der Zeit, wo der Striegel und die Walze am so Dinge tun waren, im Giants Mod Hub nochmal nachgeschaut. Und habe zwei neue Mais, die ein bisschen runtergeladen, zum Klappen. Einen großen Capello, äh, was zwölf Meter hat. Und die hier, die sind bei zehn zu Ende. Hier, guck mal, das Capello macht nur neun Meter so. Ja, guck mal hier, wir haben ja das hier mit zehn. Und ich habe ein Capello runtergeladen zum Klappen mit zwölf Meter. Und eine große John Deere zum Klappen hoch, zwölf Komma drei oder so. Ja, haben wir jetzt nicht. Ist eigentlich ein bisschen schade. Egal, wir fahren jetzt erstmal mit unserem riesengroßen neuen Dröscher. Ähm, Richtung Feld Nummer zehn war das, ne? Ja. Und werden da den Mais runterhauen. Aber schaut mal, wenn wir von hier jetzt so wegfahren oder da mal hinkommen, nach Richtung zu Hause, zu unserem Hof. Ich finde diese drei Rundbogenhallen, also diese Hangarhallen, die wir da haben. Ich denke, die stehen da schon recht gut. Oh ja. Ein paar Plänchen hätte ich noch mit dem Hof. Warten wir dann noch verbessern können. Ich glaube, hauptsächlich brauchen wir nachher Unterstellmöglichkeiten für so Krempel, die Rätschaften. Von daher, ja. Ach ja, warte mal, da war hier gerade an die Silageballen vorbeikommen. Ich glaube, die sind erntereif. Wenn dieses Gras hier schnittreif ist. Wir halten mal an. Und gucken mal nach. Ich glaube, das kann nochmal geschnitten werden, ne? Und die Silageballen hier, die dürften reif sein. Ja. Äh. Freunde, was haltet ihr denn davon? Wir schauen nochmal kurz in die Preisliste nach. Warte mal, wir sind im Oktober. Ja. Silage. Ähm. Hat den Höchstpreis im Dezember. Frage. Sind die, äh, wahrscheinlich nicht, oder? Die Silageballen, die sind im Dezember nicht reif, oder? Die anderen. Werden wir jetzt nochmal welche machen? Weil der Preis wäre bei 3,85. Schon krass. Wir sind jetzt schon bei 4,37. Vielleicht müssten wir nochmal Gras mähen. Bevor wir Dröschen, oder während des Dröschens, Gras mähen. Ja. Hätte ich gesagt, wäre eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Dann machen wir vielleicht nochmal eine Runde Silageballen daneben. Dann hätten wir die doppelte Menge zum Verticken. Das wäre echt krass. Wegen Geld und so. Ihr wisst Bescheid. Weil Geld brauchen wir ganz dringend viel. Und davon haufenweise. Auf jeden Fall. So, da hinten das goldene da. Da müssen wir hin. Ja. Der Vorteil ist, wenn wir dieses Feld nieder haben, können wir das sofort verkaufen und den Kredit schmälern. Denn wir haben gerade massiv hohe Kreditzinsen. Ich glaube am Tag knapp 13.000. Schon echt kräftig. Sonst mit die 1,5 Millionen, die wir haben, sind wir bei 5.000 am Tag. Das geht noch. Aber das haben wir gerade fast verdreifacht. Also ich hoffe, dass sich die Ernte hier lohnen wird. Und da habe ich ganz starke Hoffnung, dass es der Fall ist. So, wir parken mal den Schneidwerkwagen hier vorne. Dann steht er nicht im Weg rum, denke ich mal, oder? Dann werden wir mal den Dröschkasten aufklappen. Ich könnte mir bald vorstellen, dass der bei der Arbeitsbreite vielleicht zwei Streifen als vorherwende braucht. Ey, warte mal, kriegen wir das hier an die Grund, oder? Hallo. Hallo. Ach man. Doch, da. Haha. Äh, ja. Noch ein Grund mehr, dass wir dieses Schneidwerk vielleicht wieder abgeben. Ja. Oder der Schneidwerkwagen ist halt nicht die beste Wahl dafür. Das kann natürlich auch sein. So. Ähm. Wir machen hier vorne erstmal einen Stich, oder? Hätte ich gesagt. Ein bisschen dichter ran hier. So. So. Und gib ihn. Wir dröschen Eis, Leute. Ist das nicht krass? Aber die Schwindigkeit geht gar nicht. Wenn der zu klein ist, dann machen wir wenigstens ein bisschen schneller, oder? Guck mal, mit 18 bin ich da voll dabei. Ja, wie cool. Und ich glaube, hier kommt auch richtig was zusammen. Jetzt ist die Frage, wir müssten theoretisch den LKW herholen und den Überladewagen. Ah, und der ärgert mich gerade richtig doll. Na, vielleicht müsste ich... Vielleicht können wir uns auch aus dem Erlös von dem Mais, theoretisch hochgerechnet, schon ein neues Schneidwerk leisten. Dann müsste ich aber den Spielstand immer neu laden. Gut, an sich wäre das jetzt nicht das Problem, unbedingt. Guck mal, wie der sich hier durch Mais frisst. Schön. Guck mal, wie der ist. Was denn hier passt, oder? Für die Vollwände? Oh. Da würde ich glaube, was stehen gelassen. Die geht immer ja auch nicht. Guck mal her. Die müssen noch weg. So. Das Schöne ist, die anderen, die Capello-Schneidwerke, was ich da habe, die kann man zusammenklappen. Dann bräuchte man dafür theoretisch auch keinen Schneidwerkwagen, sondern kann die zusammengeklappt in der Ecke irgendwo hinstellen. Und dann sind die da und dann stören die da keinen. So. Ob der bis da oben hochkommt? Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn wir Gras mähen. Mit der Gerät. Die Frontiergewicht müssen wir mal abparken hier. Wir probieren das einfach mit den Silageballen. Vielleicht klappt das ja. Wenn wir dann jetzt nochmal eine Runde Silage haben, das wäre echt krass. Dann hätten wir nämlich den doppelten Schnitt zum Verkauf. Weil im Dezember, glaube ich, war der Verkaufspreis für Silage exorbitant am lohnenswertesten. Und deswegen müssen wir da nochmal ran. Eventuell. Ah, das ist auch wieder so. Ja. Würde ich aber gerne probieren, weil mit dem Helfer ist das ja möglich. Wenn wir jetzt das Gras mähen, hat der ja beim letzten Mal gesagt, dass wir eventuell diese Rundballenpresse mal probieren. Und da einfach vorne einen Frontschwader ranpacken. Weil dann kann der Helfer damit was anfangen. Und wenn der dann Silageballen wickelt und die alleine rausschmeißt mit anschalteter automatischer Ballenablage, das könnte unter Umständen funktionieren. Wir werden sehen. Das wäre der Hammer. Dann kann man den Silageballen mit dem Helfer wickeln. Das wäre so unfassbar belohnend. Krass. So, der hat hier gleich das Ende vom Feld erreicht. Ist bei 84%. Also ich glaube, sein Vorwände passt ihm hier nicht mehr in den Korntank. Bedeutet, wir müssten wirklich mit den Überladewagen mal anrücken hier. Ich merke gerade, dass er wieder hektisch wird, weil wir so viele Sachen gleichzeitig machen wollen. Aber ja. Erstmal das und mit denen hier fahren wir erstmal weiter. Und der Kollege braucht nämlich auch noch sein Vorwände. Gerade hier vorne bei den Ballen müssen wir mal selber mit der Hand mähen, dann wird das nichts. so, ich hoffe, wir knallen da nicht gegen. Wir lassen mal ein bisschen Abstand, ne? Jo. Okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Passt schon. Und wenn jemand einen halben Ballen weniger bei rauskommt, ist das jetzt auch nicht so schlimm, oder? Wenn wir so einen ganz kleinen Streifen da stehen lassen. Okay, der hat einen vollen Korntank. Das ist gerade ja nicht so schlimm. Wir müssen hier mal schon die Vorwände fertig bauen und dann kommen wir mit dem Überladewagen an die Droschen. Zwei Streifen müssen reichen, oder? Theoretisch. Ey, der wäre der Hammer, wenn wir den, also den Reifestatus noch hinkriegen im Dezember. Dann könnten wir übelst Asche verdienen. Und Helfer Marsch. Ja, wir wollten eigentlich auch mal was anderes probieren mit diesem selbstfahrenden Meer, ne? Aber da haben wir gerade die finanziellen Mittel nicht für, um uns den teuren Quatsch zu mieten. Deswegen probieren wir erstmal was anderes. Wir schneiden erstmal das Gras runter. So, die beiden Streifen hat er auch. Also theoretisch, wenn wir den jetzt hier hinten wieder ansetzen, dürfte der eigentlich in Ruhe seine Arbeit hier verrichten. Dann hat der auch echt lange Beschäftigung, weil die Wiese platt machen. Das dauert ein bisschen. Hier habe ich ein bisschen rumgeschludert. Warte mal. Oh, das legen wir ja auch noch in der Mitte hin. Perfekt. So. Das wird ja noch immer vernünftig kalibriert hier an der Feldkante und dann darf er so Dinge tun. In der Hoffnung, dass er das auch macht. Und Zündung. So, ab jetzt hilft der Helfer. Ähm. Der ist voll. Der ist toll. Wir brauchen den. Perfekt. Komm, mein Jung, du bist dran. Oh, oh. Die müssen wir mal reparieren, wa? Warte mal. Was kostet? Äh. Da. Oh, Rapsöl liegt da auch schon wieder rum. Reparatur. Tausender. Ist aber günstig. Lackieren nicht. So. Äh. Sind die wirklich kaputt, oder was? Ja. Ja. So. Ah, schöner. Okay. Überladewagen brauchen wir. Ah, wir müssen die Fahrzeuge öfter mal reparieren. Ich habe hier gesehen, der Case Traktor, der ist auch schon ganz schön zerdroschen. Ja, ja. Da müssen wir auf jeden Fall ran. So, nimm mal mit deinen Kollegen und dann düsen wir mal da ganz schnell hin. Sonnenfaktorschutz 100, getönte Scheiben, die bringen das. Ich sage euch das. Weil mit einem LKW mit Straßenbereifung brauchst du nicht durch ein Maisfeld. Na dann, da kommst du genau drei Meter weit und dann steckst du fest mit der Geräte. Ja, aber den holen wir da auch gleich. Der kann mitkommen. Ah, ich bin so spannend, wie viel Mais wir da runterkriegen. Ich hoffe, das lohnt sich. Das Schöne ist, wir haben jetzt B-Acker. Also, dann nehmen wir sie noch in Feld. Schauen wir mal. Ey, so ein Jünter Traktor, der hielt übelst ab. Guck mal, wir knuspern hier einfach mal mit 140 Boletten lang. Da kommt der. Ich will gucken, was der anstellt. Wir haben hier gerade theoretisch eine massive Qualmwolke erzeugt, weil die Räder hatten blockiert beim Bremsen. Verrückt. So, wenn der vernünftig umdreht, dann ist doch alles schön. Zeig mal. Bitte dreh rum und fahr vernünftig weiter, so wie ich mir das wünsche. Ja. Alles klar, hier läuft's. Der nähtet weiter am Text. Ihr könntet mir auch unter Umständen vorstellen, dass wir jetzt vielleicht 1, 2, 3 folgen. Wenn der Mais ernte hier und nebenbei Silage machen und so ein Quatsch. Wäre jetzt ja nicht schlimm, oder? Wobei, wenn ich den Acker hier so sehe, ja, der ist zwar lang, also jetzt nicht besonders breit, aber lang ist er. Wir fahren hier echt schnell. Echt schnell. Ja, ja. Also hier stehen schon so ein paar Meter. Bin das auf jeden Fall ordentlich. Wir fahren hier mit 90 über das Feld. Du dürfst ja keiner zählen, ey. Geben Wunder, dass das alles nicht lange hält. So, und jetzt fahren wir natürlich schön in die Frucht. So wie sich das hier hört. Pass mal auf. So, immer schön durchbügeln hier durch den Mais. Vollmacher. Da kommt der raus, der gelbe Gold. Ich hoffe nur, das lohnt sich. Wir können ja mal schauen. Mais? Da ist er. 1, 2 im Juni. Ist gerade nicht so Konjunktur. Knapp die Hälfte nur. Ich hab's irgendwas cool mit dem Angebot. Wir haben vorspult. Ja, toll. Für günstig. Fantastisch. 100.000 weniger fast. Was kostet die neu? Warte mal. Die war, glaube ich, übelst teuer neu. 180. Ja, siehste. Ein 100er weniger. Krass. Dankeschön. Oh, das wird schön. Dann müssen wir den LKW noch holen. Der Typ tut ja da Gras mähen da hinten. Ganz toll, fein und brav. Viel und ordentlich. Vielleicht müssten wir da gleich mit dem Schwader ran, dass wir das zusammen raffen. Das war das mit so einem Frontschwader-Ding mit der Rundballpresse. Wenn das so klappt, wir müssen probieren. Das wird wieder so ein Jugend-Forsch-Projekt werden, auf jeden Fall. Der Dröscher fährt beim Nachbarn durch die Frucht. Das gefällt mir. Wir werden hier wieder rüber eiern. Dann hat er nämlich hier seine zwei Streifen vorgewendet. Und dann darf er sich von hier hinten aus dem Feld ordentlich mal widmen und das niedermachen. Dann fahren wir hier rüber und parken hier ab. So, herrlich. Guck mal da. Da rieselte drin. Dann schauen wir noch die Glaskante, bevor das zu Ende ist hier an der Feldecke. Ja, da kommt es hoch, siehst du? Da steigt es. Und wir sind hier gleich durch. Alter, man sieht ja ja nichts. Ekelhaft. Wie kann man denn bitte in der Innenansicht fahren mit dem Dröscher MLS? Du siehst ja mal überhaupt ein ja nichts. Vielleicht mit GPS oder so oder Curseplay. Aber alleine fahren kannst du ja vergessen. Niemals. Ähm, abwarten. So, der tut hier Dröschen tun. Wir holen mal den LKW, oder? Hätte ich gesagt. Guck mal her, Erwin. Du bist ein braver Hund. Wie du auf die Rehe immer aufpasst. Ganz fantastisch. Ja, ja, ja. Du bist ein toller. So. LKW. Was machst du hier? Gras mähen. Vernünftig? Sieht so aus. Sehr schön. Weiter im Text. Ähm, hier waren wir schon. Äh, warte mal, Hühner müssen wir füttern. Wobei, eigentlich nicht. Da ist wahrscheinlich noch genug Futter drin, oder? Ja, 7200 Liter. Da brauchen wir nichts machen. Komm, dann lade ich mal zur Halle rüber, bevor wir nochmal durch alle Fahrzeuge durcht haben. So weit ist es ja nicht. Eben mal hier über den Zaun gesprungen. Knie, äh, Schienbeen angestoßen. So wie sich das hier hört. Ordentlich gemauelt. Ne? Mit dem Gesicht nach unten zuerst. Sehr schön. Da hat keiner gesehen, hat es noch nie was passiert. Ihr kennt das doch. Und Abfahrt. Mit Licht natürlich. So, dann hätte ich mal gesagt, wenn der Acker da oben nieder ist. Machen wir hier mit den Sonnenblumen weiter. Und wir müssen eigentlich theoretisch zusehen, dass wir heute, also am heutigen Spieltag, der komplette jemähte Gras nochmal einwickeln in Silageballen. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Folge werden. Wenn nicht mehr, oder nebenbei wird da noch viel passieren. Denn, das wird eine Weile dauern. Jetzt stellen wir auf jeden Fall abfahrbereit hin. Oh, 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 oh. Ein bisschen doll gelengt, aber der matschige Maisboden, der schmiert aber kräftig. Hat ja auch geregnet im letzten Monat. Und aus. So, da steht der Kollege. Ähm, wir brauchen... Der Gerät. Wie voll war der? 65. Was veranstaltet er denn hier? Wie soll er tut? Hat er für irgendwas 8 Telegrafen? Hast du alles klar. Oh, und ab die Dinger. Sehr schön. Aber ich hab gerade das Gefühl, dass da ja nicht so viel rumkommt. Also weniger als ich dachte. Wobei, ah, fällt es breit. Kann täuschen. Das wird eine Weile dauern, ne? Wir können uns ja schon mal bereit machen für die nächste Ab-Bunker-Mission im Mais. Wir werden wieder in die Frucht hineinfahren. Ja, ja. So wie ihr das hier bei mir gelernt habt, natürlich. Ja, alles andere ist ja Quatsch. So. Guck mal, da schreit er schon an seiner Mama. Gleich macht er wieder das Ärmchen hoch und dann... Was ein Timing. Also, dafür, dass die Felder relativ groß sind, ist der Vorteil natürlich, dass die Straßen alle wie mit dem Lineal gezogen sind und du kannst halt einfach geradeaus fahren, mehr oder weniger auf direkten Wege, ohne Schnörkeleien, ohne Berge, ohne Kurven, ohne dies, das, ananas. Ist schon okay. Auch mit dem Grund, warum ich die Map so mag, weil du hast halt schöne Fahrwege. Wenn jetzt der Helfer nicht so massiv blöde wäre, dann wäre das dann noch anhenehmer, aber der kriegt ja nicht so richtig auf die Kette, einfach die Straße gerade lang zu fahren, sondern der hat halt Bock, über Nachbaracker zu fahren und da Pirouetten zu drehen, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, wo ich mir so dachte, ja. Naja. Was ist los? Bist du bald voll jetzt, oder? Ja, da hält der an. Guck. Schön. So. Dann hau mal raus. Ach, das wird ein Fest. Wenn der Maispreis schön ist, ach, das lohnt sich auf jeden Fall. Guck mal, wir haben jetzt schon 30.000. Ist schon okay. Wenn der Drischer leer ist, dann war 50.000. Du musst halt immer dran denken, das ist halt echt viel Geld, ne? Wenn du pro 1.000 Liter über 1.000er kriegst, dann lohnt sich das auf jeden Fall schon. Egal, was da kommt, das lohnt sich auf jeden Fall, sobald du über 1.000 Liter, oder also für 1.000 Liter über 1.000 Euro bekommst, dann ist das schon okay. Und der Maximalwert war bei 1.2 und die Ene-Verkaufsstelle streut er leicht nach oben, also da wird auf jeden Fall die Nuchtball rumkommen. Auf jeden Fall. So. Ich muss aber sagen, ich bin gewillt, den anderen Maisybiss auszuprobieren, dass wir hier schneller zu Potte kommen. Bedeutet, ich müsste aber das Spiel neu starten. Ist eigentlich ja nicht schlimm, weil, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sagt die, für heute sind wir durch. Mann, das ist ja wunderschön, wie der hier steht. Ja, Freunde, beim nächsten Mal jetzt weiter. Die große Maisernte hat begonnen. Natürlich machen wir wieder haufenweise andere Krempelschichten nebenbei, ist ja klar. Man kann sich ja nicht nur auf Eens konzentrieren, das wäre ja Quatsch. Aber ich wäre sehr daran interessiert, dass wir das gemäte Gras hier nochmal einpacken und dann im Dezember verkaufen können. Wenn denn der Reifegrad soweit wäre, das wäre der Hammer. Also finanziell wäre das so richtig so ein übelstes Leckerli. Das wäre schon schön. Auf jeden Fall. So. Genug gequatscht, ich bin raus. Ich sage vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.